Machen wir mit dem Thema Erschließbarkeit weiter. Was war gleich Erschließbarkeit? Erschließbarkeit bedeutet, dass ich am Bildschirm einen Hinweis darauf bekomme, auf das, was möglich ist, was noch zu sehen ist, wo ich also noch hinkommen kann, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Und Erschließbarkeit ist natürlich etwas Graduelles. Ich kann also ganz extensiv sein und tatsächlich alles zugänglich machen. Also die extremste Erschließbarkeit wäre ja Vollständigkeit. Ich zeige einfach alle Funktionen, alle User Interface Elemente und alle Inhalte direkt an einem Bildschirm an. Das ist aber meistens nun mal nicht möglich. Und deswegen braucht es Techniken, wie man Erschließbarkeit trotzdem hinbekommt. Und einige davon wollen wir uns jetzt schon angucken. Und auch in den nächsten Videos und in den nächsten Wochen geht es dann darum, dass wir weiter ausarbeiten, was es da für Techniken gibt, nämlich in speziellen Themen wie Navigation und Modusgestaltung. Aber soweit sind wir noch nicht. Zunächst einmal zu relativ allgemeinen Techniken. Ich habe ja gesagt, es gibt das Problem, dass die Erschließbarkeit dem Platz entgegensteht. Das war ja genau die, die ich gerade gesagt habe. Also vollständige Erschließbarkeit wäre ja Vollständigkeit. Aber das ist nicht unbedingt immer möglich. Und wenn es nicht möglich ist, dann kann ich bestimmte Techniken nutzen, wie zum Beispiel das Aufdecken bei Bedarf, auch Progressive Disclosure genannt. Progressive Disclosure ist etwas, was in dieser Form bei Xerox Star erfunden wurde oder zumindest, sagen wir mal, dort als Konzept beschrieben wurde. Und das bedeutet, dass nicht alles von vornherein zu sehen ist, sondern Dinge erst dann angezeigt werden, wenn sie auch benötigt werden oder dass man sie sich dazu schalten kann. Das könnt ihr euch schon mal überlegen. Das gilt zum Beispiel für Menüs. Also wenn ich ein Menü habe und in dem Menü, das ist nicht vollständig zu sehen, sondern es ist erst bei Bedarf sichtbar und nicht die ganze Zeit. Nimmt also nicht die ganze Zeit Bildschirminhalte weg. Beschrieben haben die Entwickler des Xerox Star es an diesem schönen Bild hier, was wir da sehen. Das ist ein Einstellungsdialog, wie wir heute sagen würden, wobei damals ist es auch so. Property Sheet, also Einstellungsblatt für, in diesem Falle, eine, in der Textverarbeitung, also für den Text in einer Textverarbeitung. Und zwei Dinge sind hier Aufdecken bei Bedarf. Zum einen, dass dieses Sheet nicht dauerhaft zu sehen ist, sondern nur dann, wenn ich die Einstellungen auch ändern will. Also Fenstertechnik würde dann unter dieses Aufdecken bei Bedarf fallen. Das ist eine interessante Sichtweise. Oder vor allen Dingen auch dieser Bereich, der hier umkringelt ist. Schaut euch da mal das an. Line Hide, Before Paragraph und After Paragraph, also die Zeilenabstände sind hier angegeben. Und da sind die üblichen Varianten, die häufig verwendet werden, wie Single, One and a Half, Double und Triple, direkt anklickbar. Und wenn ich was anderes wählen will, muss ich auf Other klicken und erst dann erscheint ein zusätzlicher Bereich mit weiteren Einstellmöglichkeiten. Jetzt muss man sagen, wenn man das dann ausprobiert, ist das etwas underwhelming an dieser Stelle. Denn wenn ich auf Other klicke, dann erscheint genau ein weiteres Feld, wo ich noch eingeben kann, welchen Wert ich möchte. Naja, das hätte man sich an dieser Stelle vielleicht auch dann tatsächlich sparen können und hätte diesen einen Wert trotzdem dahin bringen können. Aber die Idee ist gut. Das bedeutet natürlich, ich muss eine gewisse Analyse machen. Ich muss analysieren, was wird häufig gebraucht. Das, was häufig gebraucht wird, zeige ich dauerhaft an. Und was wird nicht so häufig gebraucht, das zeige ich erst bei Bedarf an. Damit ist es immer noch verfügbar. Es ist erschließbar. Aber ich habe einen weiteren Schritt da drin. Ich muss also Sequentialität spendieren an dieser Stelle, was die Eingabeschritte eingeht, um die Übersichtlichkeit zu erhalten, was ja eine andere unserer Forderungen ist. Das heißt, dieses Progressive Disclosure ist genau eine Auflösung dieses Designkonflikts, Vollständigkeit versus Übersichtlichkeit. Und das kann man an sehr vielen Stellen sehr gewinnbringend einsetzen. Und zwar nicht nur durch das Anzeigen neuer Fenster, sondern auch, dass man innerhalb der vorhandenen Strukturen etwas ein- oder ausblenden oder auf- oder zuklappt. Zum Beispiel hier in diesem Editor. Hier ist ein Editor, der offensichtlich die Struktur der Programmiersprache erkennen kann und deswegen so etwas wie Funktionen und auch andere Strukturen auf- und zuklappen kann. Und so kann man es hinkriegen, dass man das alles zuklappt und damit die Übersichtlichkeit behält über alles, was da ist und die Inhalte nur bei Bedarf zuschalten muss. Man klickt dann da drauf und dann klappt das entsprechend an dieser Stelle auf. Auch das ist ein schönes Beispiel für Progressive Disclosure. Ich habe hier keine Nutzungsschnittstelle, bei der diese ganzen Operationen wie FET und Kursiv und Bulletpoint und sowas ständig irgendwo sichtbar wären und damit auch, naja, Platz wegnehmen, den ich vielleicht gar nicht habe, sondern die erscheinen nur dann, wenn eine solche Formatierung auch möglich ist. Das heißt auch nur bei Bedarf. Und das ist genau die wichtige Sache, dass es bei Bedarf erscheint. Also im Prinzip, wenn der Nutzer einen Bedarf anmeldet, wenn er irgendwo auf mehr klickt oder etwas aufklappt oder wenn man aus der Nutzung selber herausschließen kann, dass jetzt bestimmte Bedienelemente notwendig sind, die einem die Funktionalität erschließen lassen. Hätte es aber Vorteile, sie doch ständig anzuzeigen? Ja, hat es. Denn zum einen wird hier eine bestimmte Arbeitsweise nicht mehr möglich gemacht. Ich muss zum Beispiel erst einen Text schreiben und kann ihn erst dann zur Bulletliste machen und kann nicht auf Bulletliste drücken und dann schreiben. Also wir haben hier eine Beschränkung der Reihenfolgen drin. Und zum anderen ist es bei dieser Art und Weise ein bisschen schwieriger, herauszufinden, welche Möglichkeiten es eigentlich alles gibt, denn ich muss ja erst mal in dem Zustand sein, dass mir das überhaupt angezeigt wird. Wenn ich hingegen so etwas wie Word habe, wo oben in einer Leiste diese Objekte immer erscheinen, dann kann ich mir das Word angucken und kann mir erschließen, was für Möglichkeiten es gibt, auch ohne, dass ich in diese entsprechende Situation komme. Das heißt, auch hier ist wieder so ein Trade-off gemacht worden. Es wird immer die eine Sequenzialität gegen eine andere Sequenzialität ausgespielt und ich muss jeweils im Kontext gucken, was jetzt sinnvoller ist und was hier vor allen Dingen bedeutet, wie viel Platz mir auch zur Verfügung steht. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, diese Art der Darstellung hat natürlich noch andere Vorteile als nur die Sache mit dem Platz. Es ist nämlich auch eine lokale Rückmeldung und eine gute Kopplung, also sowohl Kolokation als auch Kopplung von dem Einstellungsfeld zu dem, was gesteuert werden muss. Denkt mal an den Herz zurück. Also das ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht sollte man beides machen, wenn man denn den Platz hat, dass man sowohl oben die Leiste hat, als auch diese Variante, wenn der Platz es dann hergibt. Anderes Beispiel für Aufdecken bei Bedarf ist hier zu sehen. Das ist ein ganz typisches Beispiel, was man in vielen gerade Einstellungsfenstern findet, dass man oben ein paar grundsätzliche Einstellungen machen kann und schaut mal unten, also auf der linken Seite unten, erscheinen dann da erweiterte Optionen. Und wenn ich da drauf klicke, dann kriege ich, wie auf der rechten Seite zu sehen ist, erheblich mehr Möglichkeiten, was ich alles dann noch eingeben kann. Das heißt, auch hier ist ein Aufdecken bei Bedarf da. Ist aber auch nicht ganz unproblematisch an dieser Stelle. Warum? Weil man nicht weiß, was man da aufdeckt. Es gibt keinen Hinweis bei erweiterten Optionen, was sich dahinter verbergen mag. Das ist genauso wie wenn ich irgendwie sowas wie Expertenmodus oder sowas irgendwo unterbringe oder Experteneinstellungen. Das ist zu undifferenziert. Ich muss eine konkretere Beschriftung machen. Das ist eine zu generische Beschriftung. Wenn ich das so generisch beschrifte, dann bin ich als Nutzer in einer blöden Situation. Entweder würde ich das nie aufklappen und würde vielleicht gar nicht merken, was mir alles entgeht, was ich vielleicht noch alles sinnvoll einstellen könnte. Oder aber umgekehrt, ich fühle mich genötigt, eigentlich immer in die erweiterten Optionen einfach mal reinzugucken, obwohl ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das alles gar nicht brauche. Und das ist beides sehr bedauerlich. Es ist nämlich beides erzwungene Sequentialität. Also auch hier wieder konkret werden. Also nicht erweiterte Optionen, sondern zum Beispiel, das ist jetzt in diesem Fall schwierig, man müsste es dann anders aufteilen, aber man könnte zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe irgendwie eine Verbindung zu einem Server und sagen wir mal Port-Einstellungen braucht man normalerweise nicht zu machen, dass ich dann einen solchen Bereich habe, wo draufsteht Port-Manuell einstellen und dann klappt da dieser Bereich auf. Und dann ist mir klar, wenn ich beim Aufklappen, wofür ich diese Dinge brauche. Das ist eine bessere Variante, als generisch erweiterte Optionen zu haben. Man kann dieses Aufdecken bei Bedarf auch bei Inhaltssachen machen, wie hier zum Beispiel, das bei heute.de gemacht wurde, wo man so zusätzliche Bereiche, also zusätzliche Informationen, aufklappen kann. Der Text geht eigentlich so ganz normal durch, aber dazwischen ist irgendwo ein Bereich, da kann man sich zusätzliche Informationen hineinklappen lassen. Das ist also nicht unbedingt nur auf User-Interface-Elemente beschränkt. Was man dann machen sollte, generell in all diesen Fällen, ist eine Animation vorsehen. Das kann man auch hier so machen. Also wenn ich erweiterte Optionen aufklappe, dann sollte sich eine Animation ergeben, dass sich das ausklappt. Da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, warum Animationen generell für solche Unterschiede wichtig sind. Besonders wichtig ist das dann, wenn es nicht wie hier ist, dass es unten sich erweitert, das kriegt man auch so noch hin, sondern wenn in der Mitte was ausklappt, denn dann verspringen ja Teile des Bildes, die schon da waren und das kann sehr irritierend sein, wenn es da keine Animationen gibt. Und im Sinne der Kontinuität, also dieser stabilen Umgebung, von der ich zu Beginn schon mal gesprochen habe und die in den nächsten Videos auch nochmal großes Thema werden, sollte man sich merken, was auf- und zugeklappt war, sodass, wenn man dort wieder hinkommt, man nicht wieder in einer Situation ist, die unbekannt ist oder dann mühselig, immer das wieder aufklappen muss, was man aufgeklappt braucht, sondern diese Information, was ist aufgeklappt, was ist zugeklappt, sollte gespeichert werden. Eine ebenfalls wichtige Technik im Bereich der Erschließbarkeit ist die Verdeutlichung von Handlungsfolgen. Es ging aber der Erschließbarkeit darum, dass ich sichtbar mache, erkennbar mache, halt erschließbar mache, welche Folgezustände möglich sind, also welche Funktionen zuständig sind, welche Inhalte möglich sind, da werden wir vor allen Dingen bei Navigation drüber sprechen, aber welche Folgezustände möglich sind. Und das muss ich natürlich auf eine Art und Weise machen, die man als Nutzer auch verstehen kann. Das heißt, ich muss diesen Folgezustand irgendwo am Bildschirm erfahrbar machen. Das kann ich versuchen, indem ich da Texte hinschreibe, aber häufig dürfte es besser sein, die Handlungsfolgen tatsächlich zu visualisieren. Aber auch Texte sind schon wichtig. Schaut mal hier. Hier haben wir das Problem oder das Beispiel, sagen wir erst mal, Problem sehen wir gleich erst darin, dass wir Operationen haben, die wir in einem Menü ausführen können. Und naja, was da steht, sowas wie Widerrufen oder Rückgängig und Wiederholen, also Undo, Redo, das sind ja generische Beschreibungen. Und dann ist manchmal nicht so ganz klar, was meine ich eigentlich mit Undo und was meine ich eigentlich mit Redo. Was wird da geandot und was wird da gedone? Um Gottes Willen, sprachlich schrecklich. Vergesst das. Also was wird rückgängig gemacht und wo wird das rückgängig gemacht, wieder rückgängig gemacht? Was wird wiederhergestellt? Schaut euch mal das da an. An dieser Stelle steht jetzt nicht einfach nur Widerrufen und Wiederholen, sondern es steht, was Widerrufen wird und was Wiederholt wird, also Wiederhergestellt wird. Nämlich, dass es um Bewegen und um Löschen geht. Das ist jetzt auch noch nicht, sagen wir mal, mega konkret, weil man nicht so richtig weiß, um welches Objekt es eigentlich geht. Aber immerhin ist es konkreter, als einfach nur Widerrufen und Wiederholen an dieser Stelle. Unten sehen wir das am Beispiel des Finders, der Anwendung Finder. Und da hat sich Apple für eine etwas eigenartige Variante entschieden, finde ich. Links zumindest erst mal. Was haben wir da? Unten ist eine Datei markiert und wenn ich dann in das Menü Bearbeiten gehe, dann steht da bei Kopieren nicht nur Kopieren, sondern was ich kopiere. Es steht da angegeben, um welches Objekt es sich handelt. Das ist im Sinne der Erschließbarkeit gut, denn es handelt sich jetzt hier um eine konkretere Beschriftung als einfach nur um Kopieren. Und es ist dann klar, was passieren wird, wenn ich da draufklicke. An dieser Stelle wäre das aber gar nicht so unbedingt nötig, denn unten ist das Objekt ja markiert. Das heißt, ich kann auch auf andere Art und Weise sehen, auf welches Objekt sich das bezieht. Schön ist es, dass es so gemacht wird. Man sollte es nicht lassen, aber es wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Rechts hingegen sind wir in der Situation, wo wir einfügen, wo wir also ein Objekt schon in der Zwischenablage haben, also zum Beispiel diese Datei, Suggestions and Notes, und die wollen wir an anderer Stelle einfügen oder wie Apple es ausdrückt, einsetzen. Ja, an dieser Stelle fände ich jetzt sehr hilfreich, wenn das nicht sichtbare Objekt Objekt an dieser Stelle mit Namen zumindest erwähnt würde, denn dann wäre klar, was passieren wird, was der Folgezustand sein wird, wenn ich Objekteinsätzen sage. Ausgerechnet an dieser Stelle hat man sich aber entschlossen, bei dem Generischen zu bleiben. Das ist eine bedauerliche Entscheidung. Andersherum wäre es logischer und idealerweise natürlich beides. Also bei einer Beschreibung, einer Operation, nicht generisch sein, sondern konkret sein, denn dann ist man auch erschließbarer, weil der Folgezustand dann klar ist an dieser Stelle und nicht erst erraten werden müsste. Schade ist eigentlich, dass ich das Objekt nicht sehen kann, was ich wieder einfüge. Da könnte man sich auch andere Lösungen überlegen. Wenn man an die Computergeschichtsvorlesung nochmal zurückdenkt und ihr habt euch da vielleicht auch den Teil angeguckt über die PDAs, dann wurde da ja mal von dem Apple Newton gesprochen und da gab es ja eine interessante Technik, dass Sachen, die in der Zwischenablage liegen, quasi am Bildschirmrand hängen. Das wäre ja natürlich nochmal interessanter, weil dann würde man dieses konkrete Objekt auch sehen können und wüsste genau, worum es sich handelt. Vor allen Dingen auch, wenn es sich um mehrere handelt. Das wäre auch über das Textuelle hinaus eine wirkliche grafische und räumliche Darstellung des Ganzen. Wo wir gerade von sowas sprechen, Vorschauen sind immer etwas, was Handlungskonsequenzen verdeutlicht. Also hier zum Beispiel eine Auswahl im Browser oder nicht im Browser, im Dateimanager. Filebrowser könnte man natürlich sagen und das ist auch die Browse-Ansicht, die wir hier gerade haben mit diesen Spalten. Ja und da ist eine Datei markiert und rechts erscheint dann die Vorschau und diese Vorschau, die ist ja eine Verdeutlichung der Handlungskonsequenz. Also ich sehe da ja schon, was ich kriegen würde, wenn ich dieses Objekt jetzt öffnen würde. Ich muss es aber nicht tun. Das heißt, mir wird erschließbar gemacht, was passieren wird, wenn ich eine bestimmte Handlung durchführe. Das ist genau das, worum es bei Erschließbarkeit ja ging. Der Folgezustand wird mir quasi dargestellt. Und das gleiche auf der rechten Seite, das ist aus PowerPoint, die 2007er-Version von PowerPoint, als Microsoft auf diese Ribbons umgestellt hat und hier gibt es eine Auswahl von Formatierungsmöglichkeiten für so einen Bereich, also ein Rechteck und ich habe mehrere Möglichkeiten, wie ich das gestalten kann und wie das aussehen wird, was die Darstellung davon sein wird, wird mir an dieser Stelle schon dargestellt. Ich muss es nicht also durchprobieren und irgendwelche mit Namen beschrifteten Sachen irgendwie ausprobieren, sondern ich kann an dieser Stelle direkt sehen, wie der Folgezustand sein wird, wenn auch hier schematisch. Das geht noch weiter, dass man es so machen kann, dass wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre, dann diese Formatierung testweise schon mal angewandt wird. Das heißt, ich muss sie noch nicht übernehmen, ich muss das nicht anklicken, aber ich kriege dann eine Vorschau und kriege dann eine erschließbare Ansicht des Folgezustandes. Das ist auch immer Erschließbarkeit. Also Erschließbarkeit ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Forderung, wenn es darum geht, dass ich mit Systemen umgehen kann, die nicht ganz extrem simpel sind, sondern wo es auf verschiedensten Bildschirmseiten oder verschiedensten Übergängen sich verhält, dass wir nicht alles gleichzeitig im Blick haben können, aber daran kommen müssen, immer wissen müssen, was ist das, was jetzt passiert, was ist alles möglich, welche Folgezustände kann ich erreichen, welche Inhalte gibt es eigentlich. Wir gehen so weit, dass wir behaupten, dass Differenziertheit und Erschließbarkeit, die sind sich ein bisschen ähnlich, also bei Erschließbarkeit geht es darum, zu erfahren, was alles so möglich ist und bei der Differenziertheit einer Rückmeldung geht es auch darum, zu beschreiben, wo es herkommt und wo es hingeht. Das heißt, die haben eine gewisse Wesensverwandtschaft, diese beiden Forderungen und wenn wir diese beiden zusammennehmen und wenn wir die erfüllen, dann haben wir die halbe Miete für das, was man üblicherweise Intuitivität nennt. Der Begriff intuitiv ist ja einer der inflationär gebraucht wird und eigentlich nichts sagt. Das ist eigentlich nur so ein Label und ich kenne auch niemanden, der zu seiner Software sagt, die ist aber nicht intuitiv, explizit nicht intuitiv. Es wird Software als intuitiv verkauft, bei der Leute sitzen davor und raufen sich die Haare, noch mehr als meine Haare schon gerauft sind und wissen weder einen noch aus. Aber wenn man jetzt das versuchen will, irgendwie zu fassen, dann kommt man schnell auf Differenziertheit und Erschließbarkeit. Was macht also so eine Intuitivität eigentlich aus? Naja, ich habe hier ein paar der Möglichkeiten hingeschrieben, die meiner Meinung nach die wichtigsten sind. Handlungsfolgen sind sofort sichtbar, Unmittelbarkeit. Wenn wir das nicht haben, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Rückmeldungen erfolgen dort, wo man auch handelt. Lokalität. Okay, die beiden sind sicher wichtig, aber zur Not ginge es ohne sie. Wenn wir wissen, dass es immer etwas länger dauert und wenn wir irgendwie zum Beispiel einen festgelegten Bereich haben, von dem wir wissen, dass da immer die Rückmeldungen erscheinen, dann haben wir zwar erzwungene Sequenzialitäten, aber die Bedienung ist möglich. Es ist kein wirkliches Problem, was uns die Bedienung unmöglich machen würde. Aber wenn ich andere Sachen nicht habe, wenn mir zum Beispiel nicht klar wird am Bildschirm, welche Möglichkeiten es alles gibt, welche Funktionalitäten es eigentlich gibt, welche Zustände ich erreichen kann, was ich hier eigentlich tun kann, dann kann ich eigentlich kein intuitives System mehr haben, denn dann muss ich immer hingehen und muss irgendwie mit Handbuch nachlesen oder eine große Schulung besuchen, dass ich diese Dinge parat habe und weiß, ich kann sie mir dann nicht erschließen und damit kann es nicht intuitiv sein. Das gleiche gilt, wenn ich Fehlermeldungen bekomme oder überhaupt Reaktionen auf Eingaben bekomme, aber die geben mir weder an, was passiert ist, noch was ich dann tun kann. Wenn ich also keine Differenziertheit der Rückmeldung habe, dann habe ich das gleiche Problem. Ich kann dann mit der Rückmeldung eigentlich nichts anfangen, zumindest nicht aus dem, was ich am System sehe. Ich muss dann wieder irgendwelches Zusatzwissen von irgendwo anders beziehen und das ist gerade nicht das, was man üblicherweise intuitiv nennt. Und auch wenn Folgen nicht erläutert werden, bevor sie eintreten, dann habe ich das Problem, dass ich alles Mögliche ausprobieren muss, um zu gucken, was dann passiert und habe ganz viel erzwungene Sequentialität und muss mir das alles irgendwie merken, anstatt, dass mir das System das irgendwie klar macht, was möglich ist und was passiert. Das ist das, was man üblicherweise mit intuitiv verbindet. Und wenn man diese Definition von intuitiv sich überlegt, dann kann man sich auch ganz leicht klar machen, warum zum Beispiel ein Microsoft Word intuitiv ist und Tech auf der anderen Seite nicht. Ich möchte keinem von euch ausreden, Tech zu benutzen. Um Gottes Willen, Tech hat sehr große Vorteile gegenüber sowas wie Word, vor allen Dingen, wenn es um Formelsatz und solche Dinge geht. Aber was die Nutzungsschnittstelle eigentlich angeht, ist so ein Word erheblich besser als Tech. Denn wenn ich Tech benutze, Editor hier und dann kann ich das kompilieren und dann kriege ich irgendwie über mehrere Schritte eine PDF-Datei, dann habe ich große Probleme mit dieser Intuitivität, denn die Rückmeldung ist schon mal schlecht. Wenn ich hier was manipuliere, erscheint erst viel, viel später auf der rechten Seite oder auf dem anderen Fenster diese Änderung der PDF-Datei. die F-Datei. Das heißt, ich habe eigentlich einen Zustand, der ein bisschen vergleichbar ist mit Batch-Processing von früher. Ich habe keine richtige Responsivität an dieser Stelle. Ich ändere auch nicht an Ort und Stelle. Also die Rückmeldung lässt zu wünschen übrig. Und es gibt keine Erschließbarkeit. Ich schreibe in einem Editor und habe einen leeren Editor mit blinkendem Cursor vor mir und der Editor hilft mir nicht zu erschließen, was alles möglich ist. Jetzt kann ich irgendwelche Tech-Umgebungen bauen, irgendwelche speziellen Editoren. Das geht. Aber das geht immer nur bedingt, wenn ich das in dieser Trennung mache zwischen Quellcode und dem eigentlichen Objekt, was dann hinterher entsteht. So eine richtig gute Erschließbarkeit, wie sie in Systemen sind, wo ich die Objekte bearbeite, um die es geht und dann auch eine entsprechende Vorschaufunktion relativ leicht umsetzen kann, ist in Tech einfach schwerer möglich. Das liegt in der Natur der Sache, wie Tech funktioniert, dass wir diese Trennung nun mal haben und ja auch genau haben wollen. Das hat ja auch einen großen Grund oder guten Grund, dass das so ist. Soviel zu diesem wichtigen Thema der Erschließbarkeit. Im nächsten Video geht es weiter mit der Stabilität unserer Umgebung und weiteren Forderungen, die wir dazu aufstellen werden.